. So. Fasi, hast du schnell Zeit? Für dich immer. Wir machen ein Spiel. Entweder oder Fragen. Drei Minuten lang. Schwerpunktthema Ernährung, aber nicht nur. Wir können zurück zum Gardermoenhof. Also, erste Frage. Tee oder Kaffee? Ganz klar Tee. Ich habe Kaffee zwar gerne, aber ich kann es nicht in dieser Menge trinken, weil ich keine Tee gerne habe. Selber kochen oder Essen bestellen? Ganz klar selber kochen. Ich mag sehr gerne Essen bestellen, aber das Kochen selber, das hat Liebe dabei. Das ist eine Inspiration. Trainerhose oder Jeans? Auch ganz klar Jeans. Trainerhose ist auch gut, aber ein bisschen elegant unterwegs ist schon gut. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Ich sage nichts mehr dazu. Katze oder Hunde? Ganz kleine Katze. Ich habe drei Stücke zu Hause. Stadt oder Land? Schwierige Frage, aber ich kann mich für das Land entscheiden, weil es mir einfach zum Abschalten besser tut. Schokolade oder Vanille? Ganz klar Schokolade. Pizza oder Pasta? Ich würde sagen Pasta. Pasta ist sehr, sehr fein. Aber Pasta schmeckt man öfter. Für das Beziehungskind. Ich fahre jeden Tag essen. Mit Scharf oder ohne Scharf? Ohne Scharf, ganz klar. Verträge Scharf nicht. Frühling oder Herbst? Frühling. Ich habe alle Jahreszeiten sehr gerne, aber Frühling hat für mich etwas Spezielles. Harry Potter oder Herr der Ringe? Ja. Oh! Der Fall ist für mich auch ganz klar Herr der Ringe. Absoluter Lieblingsfilm. Eine Welt, wo man unglaublich zusagt, wo ich am liebsten würde, wirklich herreisen können. Wasser mit oder ohne Kohlesäure? Das ist auch ganz einfach, ganz klar ohne. Ketchup oder Mayo? Äh, zusammen. Mailand oder Madrid? Äh, Mailand. Ja, das ist auch immer wieder eine Destination, die man von Bern aus gut besuchen kann mit dem Zug. Zum Morgen Brot oder Müsli? Äh, ganz klar Müsli. Ich esse in der Regel eigentlich kein Brot am Morgen. Rap oder Pop? Äh, da gehe ich rein für den Pop. Lohnt Ludwig oder Göhle? Ja, ganz klar Lohnt Ludwig. Er ist für mich Schweizer musiktechnisch Nummer eins. Ich höre auch sehr gerne ab und zu Göhle. Aber Lohnt Ludwig habe ich schon drei, vier Mal ein Konzert live gesucht. Ähm, ja, hat für mich schon eine spezielle Bindung. Sonne oder Schatten? Sonne. Also wenn ich mal in die Ferien gehe und dann auch pratsch komplett in die Sonne rein. Drei Minuten sind durch. Noch eine letzte Frage. Salat oder Suppe? Uh, äh, spannend. Das beantworte ich jahreszeitenbedingt. Herbst, Winter ganz klar Suppe. Frühling, Sommer ganz klar Salat. Super, vielen Dank. Schönen Tag. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke sehr. Schönen Tag. Jetzt mal's war ich in dem Materialium. Jetzt mal's. Jetzt mal's. Jetzt mal's. Das geht's mal. Das ist jetzt mal's. Das ist jetzt mal's. Untertitelung. BR 2018